Hallo zusammen! Wäre es nicht manchmal total gut, wenn man die aktuelle APY, die man bei irgendeiner Einlage hat in irgendein Pool, einfach mal so einfrieren könnte? Ich meine, dann wüsste man tatsächlich im Voraus schon, wie viel man verdient mit der Einlage und man wüsste auch, wie lang man in dem Pool drin bleiben muss, damit das Ganze klappt. Und man könnte im Grunde seine Einlage erstmal komplett vergessen. Man weiß ja, im Hintergrund sammeln sich nach und nach die Gewinne an, die man auch erwarten kann. Wenn man rausgeht, bekommt man das, womit man auch gerechnet hat. Und das ist tatsächlich ein Szenario, das im DeFi-Bereich komplett unüblich ist, ungewöhnlich ist. Denn ich meine, ihr kennt das auch, ihr geht in so einen Pool rein und da steht dann 80% APY und sobald man in dem Pool drin ist, sitzt man quasi schon auf glühende Kohlen, guckt jeden Tag nach, wie entwickelt sich die APY. Und in der Regel geht die APY ja runter, weil einfach mehr Leute in den Pool reinkommen, die Gewinne sich auf mehr Leute aufteilen. Und dadurch hat man einfach keine Planungssicherheit. Im Grunde hat man sogar die Planungssicherheit, dass die APY runtergeht. Man weiß aber nicht, in welcher Geschwindigkeit, wie schnell. Und häufig kommt es dann vor, dass man quasi wechseln möchte in einen anderen Pool, wo die APY noch hoch ist. Aber wenn man wechselt, verliert man im Grunde seine gesamten Gewinne, dadurch, dass man die Transaktionsgebühren blechen muss. Und das ist ein Problem, das im DeFi-Bereich so dermaßen allgegenwärtig ist, dass ich mich persönlich total wundere, dass es dafür noch überhaupt keine Lösung gibt. Zumindest bis jetzt. Und jetzt gibt es eine Lösung. Die Lösung heißt Pendel Finance. Pendel Finance ist ein relativ junges Projekt. Es ist ein paar Monate alt. Es arbeitet seitdem mehr oder weniger unfallfrei. Also wenn man Pendel Finance benutzt, muss man erstmal natürlich wissen, das Ganze ist eventuell ein bisschen riskant, weil das Projekt jetzt nicht Jahre alt ist, sondern es seit kurzem gibt. Aber immerhin, Pendel Finance hat großes Potenzial, denn es bietet einem die Möglichkeit, eine bestimmte APY auf eine Einlage für sich zu sichern und diese APY dann auf einen festgelegten Zeitpunkt fix zu behalten. Also zu wissen, wie viel Gewinn man mit einer bestimmten Einlage machen kann. Und nicht nur das. Das Tolle ist, dass man sogar den Gewinn, den man auf die Einlage machen wird, im Voraus schon rausnehmen kann. Man hat also quasi seinen Gewinn sofort. Und damit kann einem im Grunde auch nichts mehr passieren. Man weiß, die Einlage wird jetzt quasi nicht mehr runtergehen, denn man hat die ja schon im Wallet drin. Und wie das geht, wie man das macht, das zeige ich dir in diesem Video. Nehmen wir als Beispiel mal den GLP hier bei GMX und das ist der Liquidity Pool, über den alle Trades, die auf GMX laufen, irgendwie abgewickelt werden. Und wenn hier ein Trader zum Beispiel eine 30-fach gehebelte Short-Position auf Ether aufmacht und Ether wird dann nicht fallen, sondern der steigt, dann macht dieser Trader natürlich Verlust. Er hat ja eine Short-Position aufgemacht und dieser Verlust, der wandert in den GLP und der wird verteilt auf diejenigen, die hier in den GLP etwas eingelegt haben. Und natürlich auch umgekehrt, wenn der Trader tatsächlich Gewinn machen sollte, dann wird dieser Gewinn bestritten aus diesem GLP. Also das heißt, diejenigen, die hier eine Einlage gemacht haben, verlieren auch das Geld, das sie eingelegt haben, teilweise. Aber der GLP hat in den ganzen letzten Monaten eigentlich immer über die Zeit Gewinn gemacht. Der GLP macht fast nie Verlust, beziehungsweise er macht schon mal häufiger Verlust, aber die Gewinne, die gleichen die Verluste mehr als aus. Im Gegenteil, der GLP macht eigentlich immer Plus, ist ein bisschen wie die Spielbank im Casino. Die Bank gewinnt immer und der GLP hat in den letzten Monaten immer gewonnen. Das heißt nicht, dass es so bleibt für immer, kann auch ganz anders laufen, aber die Statistiken sagen eigentlich, dass der GLP, also die Bank irgendwie bei diesen Hebel-Trading-Sachen immer gewinnen wird. Der GLP ist also eine ganz interessante Einlage. Man kann hier seine Einlage in verschiedenen Assets machen, das sieht man hier. Und man bekommt dann quasi einen Gegenwert, man bekommt GLP-Tokens und auf diese GLP-Tokens bekommt man auch eine APR. Die APR entspricht quasi den Gewinnen, die der GLP macht und in diesem Fall aktueller Stand heute, es ist der 28.06.23, liegt die APR also bei 14%. Und diese APR, die schwankt tatsächlich ganz erheblich. Zum Beispiel sieht man hier, dass vor etwa vier Tagen am 25.06. die APR bei 48,87% lag. Und es wäre jetzt natürlich total schön, wenn ich mir die höhere APR hier quasi sichern könnte und dann also nicht das Problem hätte, dass jetzt irgendwann 14% rausgekommen sind. Und hier in der Tat, also in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen war die APR erstmal sogar sehr, sehr dünn. Die lag eher so bei 3,8% und das ist ja nun ein Riesenunterschied zu 48%. Wäre natürlich schön, wenn man sich jetzt eine viel höhere APR sichern könnte. Genau das macht Pendel Finance. Es gibt bei Pendel Finance einen Pool, in dem man quasi die APR, wenn sie dann hoch ist, einfrieren kann für sich selber und dann eben genau weiß, wie viel Gewinn man mit der Einlage machen wird. Ich bin jetzt hier bei Pendel Finance und das Erste, was ich hier mache, ist, ich schalte mal um in den Pro-Modus und dann um den GLP zu sehen, muss ich noch auf Arbitrum wechseln hier. Bei den GLP gibt es auf Ethereum nicht, sondern nur auf Arbitrum. So und hier unten sehe ich dann den GLP. Das ist eine der Einlagemöglichkeiten, die ich habe, eine von mehreren. Und dann sehe ich hier direkt eine Underlying APY und die Underlying APY ist die APY, die quasi auf der Seite von GMX angeboten wird. Das ist also quasi die offizielle, die APY von GMX und die liegt eben bei 14%, genau wie wir eben gesehen haben. Und darunter gibt es noch die Implied APY und die Implied APY, die liegt bei 16,5%. Was heißt jetzt Implied APY? Implied APY bedeutet eigentlich nur, dass der Markt eine andere Annahme hat zu der APY bei GMX als GMX selber. Also GMX und ihr kennt das von den anderen Protokollen auch. Die sagen dann, es gibt die und die APY, sagen wir mal 80% oder so, aber in Wirklichkeit kommen gar keine 80% raus. Und der Markt hat dann eventuell so eine, also die Gesamtheit der Marktteilnehmer hat so eine eigene Einschätzung darüber, was jetzt von dieser APY zu halten ist. Und man sieht hier, dass also der Markt, die gesamten Marktteilnehmer eine bessere Einschätzung der APY haben als GMX zurzeit selber. Denn die Implied APY liegt bei 16,5%, also schon mal 2,5% höher als bei GMX selber. Und jetzt ist erstmal super wichtig zu verstehen, dass diese Implied APY, also die Einschätzung des Marktes über eine realistische APY bei GMX, dass diese Einschätzung auch heftigen Schwankungen unterliegen. Ist also nicht so sicher wie das Arm in der Kirche. Und diese Einschätzung, die kommt natürlich in irgendeiner Form auch daher, was die offizielle APY bei GMX ist. Und die offizielle APY bei GMX, die war vor ein paar Tagen noch bei 48,7%. Und da sieht man die Implied APY, 19,5%. Die sagt also aus, dass der Markt damals vor ein paar Tagen diese 48,7% sowieso nicht richtig abgekauft hat. Die haben sich, also die Mehrheit der Marktteilnehmer hat sich gedacht, ist eher zu hoch gegriffen. Wir rechnen mit einer realistischen APY von 19,5%. Und man sieht, dass diese Einschätzung jetzt sogar nach unten gegangen ist über die Tage. Die liegt nämlich jetzt bei 16,5%, während die offizielle angegebene APY bei GMX bei 14% liegt. Und da ist also davon auszugehen, dass jetzt über die nächsten Tage die Implied APY, also die Einschätzung der realistischen APY, noch weiter runtergehen wird. Insbesondere, wenn jetzt die Underlying APY noch weiter fallen wird. Wenn also GMX weniger und weniger APY ausgeben wird. Und man weiß, also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die APY im GLP in den letzten Wochen war eher müde. Das ist jetzt erst letzte Woche richtig hochgegangen. Die lag eher so bei 3%. Kann also sein, dass das Ganze noch wesentlich runtergehen wird. Und ich kann mir jetzt quasi die aktuelle APY sichern, indem ich hier diese 16,5% für mich beanspruche. Und dann gilt diese 16,5% über die gesamte Laufzeit meiner Einlage. Und die Laufzeit meiner Einlage, die geht, wenn ich das hier mache, die ist festgelegt bis zum 28. März 2024. Ich muss also von heute an 273 Tage in diesem Pool drin bleiben mit meiner Einlage. Und in diesen 273 Tagen habe ich tatsächlich garantiert eine APY von 16,5%. Und wie man das genau macht und wie man damit am besten arbeitet, das zeige ich jetzt im nächsten Teil. Wenn ich mir jetzt die feste APY von 16,6% für die immerhin 273 Tage hier sichern möchte, dann ist tatsächlich alles, was ich machen muss, hier auf diesen Knopf drücken. Und dann kann ich hier meine Einlage in den GLP machen. Ich muss also noch nicht mal selber bei GLP was einlegen. Das macht Pendel im Hintergrund. Ich suche mir ein aus, welches Asset ich einlegen möchte. Nehmen wir mal jetzt hier DAI. Und zwar lege ich jetzt mal, ist nur ein Beispiel, 7000 DAI ein. Und dann, wenn ich hier draufklicke, also wenn ich hier diese Transaktionen abschicke, dann bekomme ich wirklich 16,4% fixe APY. Der Unterschied 16,6, 16,4 kommt tatsächlich daher einfach nur, dass hier jede Menge Gebühren anfallen, die durch das Einlegen in GLP zustande kommen. Dann irgendwie hier noch bei Pendeln ein paar Sachen, die im Hintergrund ablaufen, geht alles von der APY ab. Aber die 16,4% sind tatsächlich fix. Und ich bekomme als Quittung sozusagen sogenannte PT-GLP. Und das sind Tokens, die dann auch in mein Wallet gehen. Und zwar bekomme ich 7758 PT-GLP-Tokens, die meine Einlage in den GLP zu 16,4% bis zur Fälligkeit, nämlich dem 28. März 2024, repräsentieren. Aber weil hier so viel im Hintergrund läuft und weil hier im Grunde auch so wenig transparent ist, woher jetzt die 16,4% APY kommen und woher ich die kriege, wenn ich die haben will und so weiter, wo die Auszahlung ist und so, weil das alles nicht so ganz transparent ist, gehe ich das jetzt nochmal Schritt für Schritt durch, sodass man auch versteht, was da abläuft und vor allem planen kann, welche APY man rausbekommt, wenn man das Ganze hier macht. Um die Abläufe, die hier im Hintergrund passieren, etwas besser zu verstehen und vor allem auch, um das Ganze für einen selber mal so ganz praktisch zu machen, mal so ein Beispiel. Angenommen, ich würde jetzt, ich würde nächste Woche in Urlaub fahren und ich hätte gerne 700 Dollar, die ich im Urlaub verjubel. Ich habe aber jetzt keine Lust, meine Assets zu verkaufen, keine Lust, Ether oder Bitcoin oder irgendwas zu verkaufen, sondern stattdessen bin ich bereit, eine Einlage zu machen in den GLP. In diesem Beispiel ist es der GLP und möchte ganz gerne bis März nächsten Jahres, bis zum Ablaufdatum, 700 Dollar verdienen. Also ich möchte mir die 700 Dollar wiederholen über die Laufzeit durch die Einlage, die ich jetzt im Urlaub nächste Woche dann ausgeben möchte. Und dafür ist es tatsächlich viel einfacher, ist zumindest meine Meinung, wenn ich diesen Swap-Knopf hier mal links liegen lasse, da passieren einfach zu viele Sachen gleichzeitig und irgendwie ist das Ganze auch nicht richtig nachvollziehbar. Man kann es auch nicht richtig planen. Wenn ich also 700 Dollar hier irgendwie haben möchte an Yield, dann gehe ich besser hier auf den Mint-Knopf und als erstes trage ich dann mal hier meine Einlage ein, DAI und ich trage mal hier irgendeine Zahl ein. Ich muss mal irgendeine Zahl schießen, bei der ich so schätze, dass wenn ich 7000 DAI einlege zum Beispiel, dass dann 700 Dollar an Yield rauskommen über die Laufzeit. Ihr müsst bedenken, ihr habt eine APY, die bezieht sich aufs Jahr, die Laufzeit ist aber unter einem Jahr. Ich habe jetzt hier 16 Prozent ungefähr APY. Habe ich das mal so geschätzt? Also ich habe ja nur ungefähr ein Dreivierteljahr. Ich denke also mit so einer Einlage von 7000 DAI müsste ich irgendwie so einigermaßen richtig sein. Und wenn ich also jetzt quasi 700 Dollar an Yield haben möchte, dann muss ich darauf achten, dass hier unten die Zahl, nämlich die YTGLP, ungefähr 700 Dollar wert sind. Und da sieht man, ich habe einigermaßen richtig geraten, 758 kommt raus, also müsste ich hier im Grunde meine Einlage ein bisschen reduzieren. Sagen wir mal, ich mache 6500, ja dann bin ich bei 704 Dollar. Für mich ist das jetzt passend, also genau genug. Ich lege also ein 6500 DAI und bekomme dafür Yield Tokens im Wert von 704 Dollars. Also das, was ich rauskriegen möchte, mein Yield von 700 Dollar. Die Yield Tokens, die repräsentieren im Grunde das Yield, das ich bei 16 Prozent, ungefähr 16 Prozent APY bis zum 28. März verdienen würde. Und das ist also der eine Teil, den ich bekomme für meine Einlage, nämlich die Yield Tokens, die YT's. Und ich bekomme aber zusätzlich noch die PTs. Und die PTs, die Principal Tokens, die repräsentieren meine Einlage. Also das eine repräsentiert meinen Yield, den ich bekomme auf die Einlage und die repräsentieren meine Einlage. Und was kann ich mit den PTs machen? Logisch, wenn die Laufzeit abgelaufen ist, am 28. März 2024, kann ich mir dafür dann GLP Tokens abholen. Und zwar 6422 GLP Tokens. Und diese 6422 GLP Tokens, die entsprechen ungefähr meiner Einlage von 6500 Dollar. Um das nochmal nachzuprüfen, gehen wir jetzt einfach mal auf GMX und schauen mal, wie viel wir an GLP Tokens bekommen würden, wenn wir 6500 Dollar einlegen würden. Ich trage also hier mal ein, 6500 Dollar. Und dann bekomme ich hier 6391 GLP Tokens davon. Das entspricht ungefähr 6422. Also es ist keine ganz exakte Wissenschaft, aber immerhin, ich bekomme ja sogar noch ein bisschen mehr raus. Hat irgendwas mit den Gebühren zu tun, hat ein bisschen was mit Slippage zu tun, wie auch immer. Es ist immer ganz gut, das nochmal einmal durchzuchecken, mal zu GMX zu gehen, hier die Einlage eintragen und schauen, wie viel das wert ist. Also wie viel GLPs man dafür bekommt und dann zu vergleichen, ob man auch die entsprechende Anzahl an PT GLP Tokens bekommt. Also 6422 bekomme ich an PT GLP Tokens und die kann ich am 28. März wieder einlösen in echte GLP und die kann ich dann hier verkaufen. So und was bringt mir das Ganze? Das Ganze bringt mir Folgendes. Wenn ich jetzt meine 700 Dollar haben möchte, dann brauche ich eigentlich nur die Yield Tokens hier zu verkaufen, weil meine Einlage steigt ja wieder, also meine PT Tokens steigen ja im Wert wieder auf die 6500 Dollar, die ich eingelegt habe, sodass ich also, wenn ich bis 28. März 2024 warte, dann habe ich meine Einlage zurück und habe dadurch dann die 700 Dollar hier Gewinn gemacht. Das heißt also, wenn ich die Yield Tokens jetzt verkaufe, habe ich den gesamten Gewinn bis zum März 2024 schon realisiert und kann die also jetzt schon ausgeben. Das heißt, ich mache jetzt hier mal meine Einlage und sobald ich die Einlage fertig habe, gehe ich auf Swap, klicke hier auf YT, weil ich jetzt meine Yield Tokens verkaufen möchte, stelle hier oben die YTs ein, das kann ich hier mit dem umdrehen. Ich kann also hier quasi mir Yield Tokens, ich kann die Yield Tokens hier verkaufen. Da bekomme ich ungefähr 700 Dollar, also da sind immer ein bisschen Swap Fees dabei und so. Deshalb ist das wirklich alles keine ganz exakte Wissenschaft. Man muss es ein bisschen höher ansetzen, als man es eigentlich haben möchte. Und dann gehe ich hier also quasi auf Verkaufen, verkaufe meine Yield Tokens und habe dann also meine DAI, nämlich die ungefähr 700 DAI in meinem Wallet, kann die auscachen, kann damit zu meinem Exchange gehen und mir dafür Euro holen, aufs Konto tun, auf die Kreditkarte oder sonst irgendwas und kann die ausgeben und bin jetzt quasi hier in meiner Einlage bis zum 28. März drin. Das können wir uns auch nochmal anschauen, auf die Bank zum Beispiel. Und dann sehe ich hier also, dass meine Einlage hier besteht aus PTGLP, die am 28. März 2024 fällig sind. Also ich muss bis dahin warten, um mir die zurückzuholen. Hier sieht man, es sind 6414 PTGLP, aktueller Wert 5790. Das liegt einfach daran, dass der Wert erst, der volle Wert erst erreicht wird, nämlich die 6500 Dollar, wenn der 28. März endlich vorbei ist und ich dann quasi das zurücktauschen kann. Natürlich ist das hier längst nicht alles, was man mit Pendel so machen kann, aber gerade diese eine Anwendungsmöglichkeit, nämlich einen festen Zinssatz auf eine feste Laufzeit, finde ich super, super spannend. Immerhin, man muss mal überlegen, was war eigentlich damals der eine USP, der eine Unique Selling Point von Terra Luna. Das war 20% fest auf Stablecoins und das hat jede Menge Mainstream-Adaption angezogen. Also viele fanden das super, super interessant, ganz im Gegensatz zu diesen ganzen anderen komplizierten Protokollen wie Curve oder ähnliches. Und Pendel hat tatsächlich die Möglichkeit, solche Produkte hier mal irgendwann anzubieten oder andere Projekte, die auf Pendel aufsetzen. Das ist also bestimmt nicht das letzte Video, das ich zu Pendel machen werde. Ich freue mich auch schon auf die neuen Videos. Es gibt hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, die APYs, die man so auf einzelne Einlagen hat, richtig, richtig zu boosten, auf mehrere hundert Prozent. Aber dann natürlich verbunden mit einem großen Risiko, muss man sich gut überlegen. Auch hier im Moment sind die Einlagemöglichkeiten bei Pendel noch sehr begrenzt, weil Pendel noch sehr jung ist. Das heißt also, ich werde hier garantiert nicht meine gesamten Ersparnisse zu einem festen Zinssatz anlegen, denn man weiß nicht, ob Pendel Finance wirklich auf Dauer so funktionieren wird oder ob es irgendwie in irgendeiner Form doch einen Bug hat oder Fehler hat. Das ist also auf jeden Fall schon mal mein Ratschlag an dieser Stelle. Aber ich würde mich freuen, wenn ich euch hier einen Einstieg in Pendel mit diesem Video bieten konnte. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt die doch bitte in die Kommentare. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Ich habe bisher auch jeden Kommentar, jede einzelne Frage beantwortet. Ich versuche das Ganze so zeitnah wie möglich zu machen. Ja, darauf freue ich mich. Bis dahin erstmal alles Gute, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020